und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge bulli so unterricht beginnt und er ist irgendwo unten das habe ich gar nicht mal dran gedacht dass er unterricht beginnt so was haben wir denn chemie nehmen wir doch gleich direkt an und dann geht es wieder wieder los sie wieder mit weh ist die und maus ach komm als klappe was kommt eh auch noch nein das war der letzte das war der letzte und da war kuba das hat mich voll verwirrt nein was gibt es jetzt du kannst mit dem chemie kasten etwas doppelt herstellen alles klar ich frage mich immer noch die ganzen leute da schlafen können das sind wenn man so ein paar zimmer und dann ist feierabend komisch ich weiß es nicht wenn wir jetzt davon immer naja gut es ist ein paar blübenkäs ich will mit ihr rumknutschen kommt schon das hat nun länger wieder gedauert hallo da kommt noch sehr Ich kann nicht warten, um zu studieren, damit ich das immer alles tun kann. Lalalalalalalalala... Ich schwärzt noch keinen Unterricht! Nein, 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 nein! Was haben wir denn wohl für Foto? Fotografie? Erdkunde? Was ist denn unten noch? Mathe? Was ist denn hier? Englisch... Oh, nein! Nein, 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 nein... Kein Englisch. Englisch 2...? Oh... So schlecht waren wir. Wenn ihr zuerst ein Anruf, dann lasst ihr euch früh. so das hinkriegen konzentrieren aber geht gleich alles weg wieder weitermachen sie was wir jetzt alles ein sind könnte auch noch sie kehrer sein der kreis keine ahnung kreise vielleicht auch noch diese reise kreise reis ja sie sie greife ich weiß es nicht okay zumindest bestanden ja keine ahnung sagt mir mal einer noch was hier gut vor dem nächsten mal sind ja noch welche mit vollem ding da mit drei sind auch noch so viele da ich so wüsste nix sehr sieg sieger keine ahnung wenn ich richtig gerade überfragt was da noch so hin könnte mit vier haben wir da vorne auch noch was naja aber gut wir haben bestanden aber jetzt fällt mir auch gar nichts ein naja gut haben wir eh bestanden dann macht das ja nix aus komm mach die letzten sekunden fertig naja zumindest bestanden was gibt es denn jetzt sozialbonus freigeschlein jetzt können wir noch questen annehmen wir haben noch direkt eine hier die machen wir auch direkt am besten das für die für die tante da hinten scheint so ne für sie miss phillips ok jimmy you've interrupted me oh sorry don't worry about it can i see sure take a look i think i have finally caught the essence of what it means to be a banana i really feel my work is moving forward uh here's the thing art is lost on me i've always been more into music you know having thoughts for another really makes your work glow uh how do you mean when people do things incredible things when people blossom and grow that really moves me you know what i mean not really i am in love jimmy and i want to make tonight very special would you mind going to collect a few things while i work my muse out a dress some perfume my pearl necklace from the jeweler is not too much i must look my best tonight tonight wow of course is this legal of course it's legal whatever can you mean was passiert doch entweder sind die zusammen oder der will mich behindern irgendwie so was oder steht auf sie und versucht mich dann zu ärgern ich weiß es nicht wenn man wird was passieren warum lebt er denn so viel sorge miss philips sachen neun 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 sorry sehr gut ich wollte doch nur und nicht verfolgt werden komm schon ausgetrickst was alter ich will doch noch meine Sachen holen ich hab dir noch nichts getan nein komm schon lass mich in Ruhe geht doch jetzt kann ich hier noch zu Fuß latschen auch noch sweet geile Sache voll die Zeit bin doch oder das naja komm alter was will der von mir hat der mich jetzt ganze Zeit verfolgt oder wie oder was das danke auf jeden Fall haben die doch was vor gehabt die Greaser ist doch nicht normal dass sie mich jetzt hier sozusagen verfolgen geht mal weg kurz was wollen die von mir ne komm jetzt schnell noch auf die andere Seite komisch was wollen die denn von mir äh meinte alter hat der gerade Eier geworfen der Drecksau oh ah nein komisch hä gull 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 Vielen Dank.